5 Natürliche Haarpflegemittel Diese selbstgemachten Haarmasken spenden dem Haarfeuchtigkeit und verleihen ihm einen schönen Glanz. Sonnenexposition, chemische Produkte und Chlorwasser im Schwimmbad machen die Haare trocken und spröde. Spezial-Tampus oder Spülungen sind in diesem Fall nicht immer ausreichend. Deshalb empfehlen wir dir heute natürliche Haarpflegemittel, die deine Haare wieder zum Glänzen bringen. Du kannst damit nicht nur deine Gesundheit, sondern auch die Umwelt schonen. Denn unsere natürlichen Rezepte enthalten keine schädlichen Chemikalien. Überzeuge dich selbst von ihrer Wirksamkeit. Natürliche Haarpflegemittel selbst herstellen viele der Zutaten zur Haarpflege hast du wahrscheinlich im Kühlschrank oder in der Vorratskammer, denn es handelt sich um rein natürliche Produkte, die deine Haarpracht intensiv pflegen. Natürliche Haarpflegemittel sind eine ausgezeichnete Wahl. Erste Joghurt und Natronjoghurt Das natürliche Haarpflegemittel für deine Haare Die Kombination von Naturjoghurt mit Natron ergibt ein feuchtigkeitsspendendes Pflegeprodukt, das deine Haare reinigt und belebt. Es ist perfekt für seidige und gesunde Haare. Damit kannst du Unreinheiten entfernen, die deine Haarvollegel verstopfen. So können die Nährstoffe ungehindert an ihr Ziel gelangen. Zutaten 1-2 Tassen Naturjoghurt, 100 g, 1 Esslöffel Natron, 15 g, Zubereitung Gieße den Naturjoghurt in eine Schüssel und vermische ihn mit dem Natron. Benutzung Befeuchte deine Haare und trage die Pflegekurschtränchenweise vom Ansatz bis zu den Spitzen auf. NCH 30 Minuten Wirkzeit ausspülen. Wiederhole dies mindestens dreimal pro Woche. Zweite Erdbeeren, Kokosmilch und Haferflocken Diese Behandlung enthält Antioxidantien und Fettsäuren, die ideal für die Reparatur von trockenem Haar und Spiss sind. Damit wird das Haar mit Feuchtigkeit versorgt und erhält einen seidigen Glanz. Zutaten 6 frische Erdbeeren 1 Tasse Kokosmilch, 250 ml, 4 Esslöffel gemahlener Hafer, 60 g, Zubereitung Mische alle Zutaten gründlich, bis eine homogene Paste entsteht. Benutzung Befeuchte dein Haar und verteile das Haarpflegemittel vom Ansatz bis zu den Spitzen auf der gesamten Haarlänge. Lasse es 40 Minuten einwirken und spüle es anschließend ab. Wiederhole das zweimal pro Woche. 3 Der Aloe Vera Honig und Olivenöl Aloe Vera als natürliche Haarpflegemittel für deine Haare Diese Haarmaske liefert ebenfalls Feuchtigkeit und verleiht dem Haarglanz und Geschmeidigkeit. Sie stärkt die Follikel und beugt Haarausfall vor. Zutaten 5 Esslöffel Aloe Vera, 75 g, 4 Esslöffel Honig, 100 g, 4 Esslöffel Olivenöl, 64 g. Zubereitung Alle Zutaten gut vermischen. Benutzung Befeuchte deine Haare und verteile das Haarpflegemittel im gesamten Haar. Lasse es 30 Minuten einwirken. Mit kaltem Wasser abspülen und auf natürliche Weise trocknen lassen. Zweimal pro Woche anwenden. 4. Banane Honig und Mandelöl Dieses Pflegemittel ist ideal für die Wiederbelebung von trockenem Haar und die Behandlung von Schuppen. Die Nährstoffe reparieren das Haar und machen es seidig und gesund. Zutaten 1 Reife Banane 3 Esslöffel Honig, 75 g, 2 Esslöffel Mandelöl, 30 g. Zubereitung Die Banane pürieren und mit Honig und Mandelöl vermischen. Verwende einen Mixer, wenn du ein cremmigeres Ergebnis erzielen möchtest. Benutzung Befeuchte das Haar und verteile das Haarpflegemittel vom Ansatz bis zu den Spitzen. Lasse es 30 Minuten einwirken, dann ausspülen. Wiederhole dies 2 oder 3 Mal pro Woche. 5. Ei mit Kokosöl Ei und Kokosenöl als natürliche Haarpflegemittel für deine Haare Diese natürliche Behandlung versorgt deine Haare mit Fettsäuren, Antioxidantien und Aminosäuren, die Schäden reparieren und Trockenheit behandeln. Die regelmäßige Anwendung wirkt sonnen- und umweltbedingten Schäden entgegen. Dein Haar wird damit schön glatt. Zutaten 1 Ei 3 Esslöffel Kokosöl, 45 g. Zubereitung Das Ei verrühren und mit dem Kokosöl vermischen. Benutzung Reibe das Pflegemittel vom Haaransatz bis zu den Spitzen ein. Nach 30 Minuten Wirkzeit mit kaltem Wasser abspülen. Wiederhole die Behandlung 3 Mal in der Woche. Ist dein Haar trocken und leblos? Ist dein Haar kraus mit viel Spliss? Probiere diese Pflegemittel aus und überzeuge dich selbst von der Wirksamkeit.